Öffnen Sie die Seite allesgurgelt.at und wählen Sie Oberösterreich aus. Hier tippen Sie auf Jetzt registrieren. Füllen Sie Ihre Daten aus, stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu und tippen Sie auf Registrieren. Mit Ihrem angeforderten persönlichen Abholcode können Sie sich bei allen teilnehmenden BIPA-Filialen bis zu vier Testsets abholen. Im Testset sind folgende Materialien enthalten. Probenröhrchen, Salzlösung, Transferröhrchen, Gebrauchsanweisung, Schutzbeutel und Zellstoff. Führen Sie den Test wie folgt durch. Scannen Sie den QR-Code auf der Box oder auf der Gebrauchsanweisung. Sie können auch direkt den Link im Browser eingeben. Melden Sie sich dort mit Ihrem Profil an und folgen Sie den Anweisungen der Web-App. Bestätigen Sie Ihre Identität mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Möglich sind Reisepass, Personalausweis oder E-Card. Erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Kamera, um den Testvorgang aufzunehmen. Nehmen Sie die Salzlösung in den Mund und spülen bzw. gurgeln Sie eine Minute lang. Wenn die Zeit abgelaufen ist, nehmen Sie Ihr Transferröhrchen und lassen Sie die Flüssigkeit in das Probenröhrchen fließen. Verpacken Sie das Probenröhrchen und den Zellstoff in den dafür vorgesehenen Schutzbeutel. Kleben Sie den Schutzbeutel zu und geben Sie diesen zurück in die Verpackung. Achtung, die Gebrauchsanweisung behalten. Diese benötigen Sie noch für das Ergebnis. Bringen Sie Ihr Testkit nun in eine Rewe-Filiale in den teilnehmenden Bezirken. Wenn Sie Ihr Testkit bis 9 Uhr in der Früh abgeben, bekommen Sie Ihr Ergebnis innerhalb von 24 Stunden. Sobald Ihr Ergebnis verfügbar ist, erhalten Sie ein E-Mail mit einem Link und Sie können mit Hilfe Ihrer Probennummer Ihr Ergebnis abrufen. Genau dafür benötigen Sie Ihre Gebrauchsanweisung.